Hallo und herzlich Willkommen zum Bautagebuch im Sengarden Paraguay. Und Sie sehen schon, wir haben uns unsere eigenen Tapabockas anfertigen lassen. Ich finde es ja super schick. Aber heute geht es nicht um die Tapabockas, sondern um den Fortschritt auf der Baustelle. Ja und ich stehe vor unserem großen Haus Orchidee und in den letzten Wochen geht es eigentlich nur darum, dass der Innenausbau und auch das Verputzen der Wände vorangeht und natürlich abgeschlossen wird. Und genau das zeige ich Ihnen heute, was ist der aktuelle Standort. Ja, hier sieht man schon sehr schön, es ist fast alles verputzt. Die Mauer da fehlt oben noch ein bisschen was. Aber ansonsten sieht es schon deutlich besser aus. Hier der Eingang, da warten wir natürlich auf die Türen. Die sind schon bestellt, sind auch schon fertiggestellt. Im Endeffekt ein Telefonat und die Türen werden geliefert und eingebaut. Schauen wir uns doch mal an, wie es innen aussieht. Hier sieht es super aus. Deutlich wieder weitergegangen. Sie sehen hinter mir alles bereits. Fast alles. Da oben der Balken noch nicht. Aber ansonsten fast alles verputzt. Und vor allem hier, die erste Klimaanlage hängt schon. Das ist eine größere Anlage. Ich glaube, es war eine 18.000er. Und das Gegenstück außen ist auch angebracht. Mit anderen Worten, die ist einsatzbereit in dem Moment, wenn der Elektriker seine Stromkabel auch hier überall durchzieht. Ja, und man sieht auch die Gästetoilette. Das sieht alles schon richtig gut aus. Sie sehen übrigens auch so ein bisschen die farblichen Unterschiede des Putzes. Keine Angst. Das ist einmal das Licht, welches natürlich hier vorne heller ist als hinten. Aber auch ganz wesentlich, hinten wurde erst gestern fertig verputzt. Und dadurch ist der Putz natürlich noch ein bisschen feucht und auch von der Farbe her dunkler. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie es im ersten Stock aussieht. Kommen Sie mit. Ja, und hier sind wir in dem Zimmer, was im Moment am weitesten ist. Denn unten haben Sie gerade gesehen, der Estrich ist fertig. Sie sehen übrigens auch, der Qualitätscheck unserer Sengarden-Katze ist auch bereits erfolgt. Und ich würde mal sagen, die Fußspuren deute ich jetzt einfach mal als akzeptiert. Ja, ansonsten, die Wände sind fertig verputzt, das Fenster genauso. Es fehlt noch die Klimaanlage und natürlich jetzt auch müssen die ganzen Leitungen eingezogen werden. Das wird in den nächsten ein bis zwei Wochen passieren. Ich genieße gerade den Blick von hier. Hier ist geplant, dass ein Bett hinkommt. Und dann sieht man so wunderschön auf das Fenster. Und da sieht man das Dach vom Kinchou. Man sieht hinten viel, viel Grün. Ich finde es einen wunderbaren Ausblick. Schauen wir uns den zweiten Raum im ersten Stock vom Haus Orchidee an. Los geht's. Auch hier, die Wände sind fertig verputzt. Aber der Estrich fehlt noch. Das ist der Unterschied zu dem Zimmer nebenan. Aber das passiert diese Woche. Und auch der Fliesenleger wird diese Woche im Raum nebenan beginnen. Wie gesagt, im Moment sind die Fortschritte richtig gut, richtig zügig. Und auch wenn man es vielleicht von Woche zu Woche auf dem Video nicht im Detail sieht, wir kriegen es mit vor Ort. Es ist einfach die Sache, Zimmer für Zimmer wird fertiger. Das heißt hier ganz konkret, der Putz ist an den Wänden. Hier fehlt der Estrich. Im Zimmer davor hatten wir auch schon den Estrich drin. Und so Schritt für Schritt geht es gut voran. Jetzt schauen wir uns auch noch drüben das kleinere Haus, das Haus Kolibri gemeinsam an. Und da werden Sie sehen, das ist noch nicht so weit. Denn momentan ist der Fokus hier, dieses Haus, das Haus Orchidee, fertig zu bekommen. Gehen wir rüber. Und wir sind auf der Terrasse vom Haus Kolibri. Auch hier alles schön fertig verputzt. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns an, wie es drinnen aussieht. Ja und jetzt sind wir im Wohn-Ess-Bereich vom Haus Kolibri. Und auch hier die Wände, alles wunderbar fertig verputzt. Hier oben fehlt es noch, das heißt der erste Stock und hier unter der Treppe, das muss noch gemacht werden. Aber auch hier hat man sogar, weil die Verputzer erst nebenan waren, hat man sogar hier schon am Anfang den Unterputz für den Boden gelegt. Das heißt, das ist hier auch fertig. Und Sie sehen, da hängt auch schon die Klimaanlage. Da fehlt noch die Verbindung zwischen dem Stromkabel und dem Stromkabel, was in der Wand ist. Natürlich wird am Ende nicht dieses Kabel runterhängen, sondern der Kabelschacht ist ja vorhanden. Das Stromkabel wird in den Kabelschacht reingehen, wenn das Verbindungsstück da ist. Das hat nämlich die Woche gefehlt. Schauen wir uns doch mal an, wie es im ersten Stock aussieht. So, und jetzt schauen wir auch noch mal in eines der Bäder rein. Ganz klar, da kein Licht da ist und die Bäder über kein Fenster verfügen, ist es dann ein bisschen dunkler. Deswegen habe ich auch mein Handy mitgenommen, um etwas Licht hier reinzubringen. So, und hier sehen Sie, das Ganze ist noch relativ unfertig. In der Ecke wird gerade noch der Luftabzug gemauert und danach wird auch hier verputzt. Wie gesagt, im Moment ist der Fokus, wie wir es gesehen haben, drüben im Haus Orchidee und danach wird das hier im Kolibri fertiggestellt. So, und jetzt gehen wir in das große Zimmer vom Haus Kolibri. Ja, und hier, Sie sehen es auch, auf der einen Seite ist schon mit dem Verputzen zwei Wände, die vordere Wand ist fertig, die Seitenwand ist fertig. Und Sie sehen dann hier, der Wand hinter mir, da fängt man gerade an zu verputzen und auf der anderen Seite, da ist die Wand noch gar nicht verputzt. Aber auch hier keine Überraschung, denn, wie ich ja vorhin schon sagte, das Haus Orchidee ist momentan das Erste, was wir fertig machen wollen. Das war es für diese Woche schon. Sie sehen, Schritt für Schritt geht es voran. Unser Architekt meint in zwei, drei Wochen, spätestens in vier Wochen, sollten die Häuser mit dem Putz und mit dem Verlegen aller Kabel vollständig fertig sein. Und wir können anfangen, sie einzurichten. Wir werden sehen, ob das im Zeitplan auch sein wird. In Paraguay eine Woche mehr, weniger, das sieht man hier alles tranquilo, das ist einfach so. Ist immer wieder hart, auch für mich, sich ein bisschen umzustellen, gebe ich zu. So als Deutscher macht man ja schon hier einen Termin und dann ist es das. Ja, das funktioniert hier nicht so ganz. Das werden Sie automatisch lernen, wenn Sie hier mal auf Urlaub sind. hat aber den schönen Nebeneffekt, es schont die Kräfte. Ich wünsche Ihnen eine schöne nächste Woche und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann nicht vergessen, Daumen hoch unter dem Video und wenn Sie unseren Kanal noch nicht im Abo haben, dann gleich daneben klicken, dass Sie immer wissen, wenn ein neues Video vom Zen Garden Paraguay erscheint. Ihr Zen Garden Team Paraguay. Tschüss!